Lieber Thomas, gerne würde ich dir und deinen Kindern auch in diesem Jahr die Geschenke überbringen, aber ich habe, äh, es hat sich herausgestellt, ich habe eine Kinderhaarallergie. Lieber Stefan, ich komme hier leider nicht weg. Äh, Rudolf, Rudolf, Rudolf hat den Elchtest nicht bestanden. Weihnachtsmann hier, da gab es eine Doppelbuchen im System, muss leider absagen. Liebe Grüße. Bin dieses Jahr Weihnachten leider raus. Bin zum Buddhismus konvertiert. Habe ein Startup mit dem Osterhasen gegründet. Wir sind super busy. Damit du jetzt aber nicht völlig verzweifelst, meine Wichtel haben da so eine App gebaut. Share a beard heißt die. Da findest du Väter in deiner Nähe, bei denen ich dieses Jahr leider auch nicht vorbeischauen kann. Einfach runterladen, vernetzen und zur Bescherung gegenseitig in meine Rolle schlüpfen. Und ganz ehrlich, da haben wir doch alle was davon. www.shareabird.de www.shareabird.de www.shareabird.de